Guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer neuen Folge Luigi's Mansion Wir werden jetzt erstmal da in die neue Etage, es ist dieselbe Etage Da waren wir, naja, haben wir auch nicht viel gemacht Wir gehen jetzt mal da durch die neue Tür Damit sage ich nichts Falsches Du bist doch gleich bei diesem Telefon, glaube ich, ne? Weißt du was ich meine? Wir sehen es gleich, du spoilst mich jetzt nicht Okay Weißt du, wo ich hier lang landen musste? Nach oben? Ach ja, stimmt, nach hier, ne? Du, 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 du 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 Wie der überall dunkel, ey. Alles umsonst. Ja, das war's dann, ne? Alles umsonst. Mario! So, jetzt sind wir schon mal wieder durch die halbe Villa gelacht und jetzt gehen wir hier mal kurz runter. Bin ich falsch? Ich muss mir dafür einen Schlüssel holen. Und jetzt muss ich wieder hochlatschen und mir einen Schlüssel holen und dann wieder runterlatschen. Um dann wieder hochzulatschen. Alter! Vor allem, es war vorher offen. Jetzt ist es wieder zu. Oh, Mann. Ey. Irgendwann Rage quitte ich. Gibt's nicht. Was? Nein. Die Maus. Komm hier nicht hinterher. Mann, geh auf weg, du. So. Warte mal. Rein hier. Ja. Blablabla. Schön für dich. Jaja. Särf mich nicht. Dodge. Easy. Oh, oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ja. 10.000 Geister. Guck mal. Weiter. Wo geht's jetzt rein? Und zwar geht es jetzt in diese Tür. Das war das mit dem Telefon, glaube ich. Und zwar kommt da gleich ein Blitz, ne? Und da musst du mal gucken. Muss man auf den Schatten achten. Das sieht aus, als ob Luigi erhängt wird. Richtig creepy. Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so. Da ein Blitz ist. Guck mal da hin. Andere Seite. Und dann versuchen wir. Ne. Genau. Nach da. Genau. Nach da leuchten. Und da musst du warten, wenn der Blitz kommt. Dann sieht das, glaube ich, so aus, als ob Luigi erhängt wird. Ich glaube, ich habe hier in der Version keinen Schatten. Doch, wenn der Blitz kommt, dann hast du den. Elz-Pause. Sag ich, jetzt löse ich die Elz-Pause? Ah ne, es war tot, ne? Ja. Ja. Wann kommt der Blitz? Äh, dann zeigt er doch. Oder ab und zu kommt er. Ist ja nichts. Ja. Im Grad sind, ist er gekommen. Ganz zu spät. Egal. Kommt der jetzt noch? Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Geht noch ein Telefon. Ja, wieder mal. Hallo? 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 Hat er auch noch. Aber rufen alle an. So, 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 so. So, 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 so. Ah. Der versteckt sich. Ich weiß auch ganz genau, wollte nicht sagen. Geh gleich hin. Ist ganz genau, wollte sich versteckt. Da habe ich früher mal voll lang gesucht, alter. Immer so, hä, was ist der dunkelste Raum und so. Oh. Ich will jetzt den Schatten sehen, was du gesagt hast. Ja, jetzt ist damit zu spät. Wo hast du es denn, äh, gesehen? Irgendeinem Video. Ja, das ist damit zu spät. Ja, das ist damit zu spät. Ich weiß ganz genau, was du es denn? Ja, das ist da. Ach so, was du es denn? Na ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Schuss. so richtig erhängt wird da habe ich auch schon mal was gesehen irgendwo da war gerade ein blitz aber hier ist kein licht reingekommen irgendwie gerade das licht reingekommen ich leute nach hier leuchten ja schätze ich mal irgendwie so okay guck muss ich dann halt irgendwie auch richtig hinstellen und sowas und dann kommt da sowas hier leute wir gucken jetzt ab da wirklich da ist kein schatten da ist kein schatten ich weiß wahrscheinlich warum weil man das das stimmt hier kann es ja gar nicht werden ich warte ganz ein bisschen der nächste geist kommt mario einer habe ich fast gejuckt als ich ihn drucken wollte so gehen wir zum dunkelsten raum ihr könnt ja mal raten oder für euch mal so im kopf denken was ist der dunkelste raum hier da rastet halt alle aus das wird dem ding mit dem erhängen damit das ist mit dem schatten da damit da habe ich auch schon mal irgendwas gesehen in irgendeinem video das ist mir glaube ich sogar geschickt gehabt kann ja mal gleich in die einstellungen gucken nach dem part vielleicht das dann anmachen dann noch mal hingehen was jetzt davon du hörst mir gar nicht zu du arsch alter 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 so leute oh ja ja schön rastet er da aus wie viel denn noch das ist der dunkelste raum oder ist er morgen oh hey 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 BAM Jetzt richte ich den Schlüssel zum Keller und dann muss ich da das Licht anmachen Easy Oh Alter, ja, geht weg, geht weg, geht weg Ja, ich kann nichts machen, Alter, immer wenn einer spawnt, kann ich mich kurz nicht bewegen und da kommen 20.000 49 Leben Nein Gibt es ein Herz? Nö Halt Ich tue was, ich will die hier Und zwar gehen wir jetzt hier hin und machen genau das hier Zack Plus Schlüssel Easy Ah ne, jetzt ist der Telefonraum ja auch hell, ne? Sieht man das trotzdem mit dem Blitz? Nö Schade So, komm, zeig dich 200, Alter, oh ne Okay Muss er jetzt hin? Ja gut, da komm ich noch gar nicht hin Aber da komm ich glaube ich gleich hin Ah, der Raum war das Oh, hallo Na Oh Gold, Geld, Gold, Geld, Gold, Geld Muss ich nochmal hier oben machen? Mario also hat gar nichts hier ist es schön hell und da gibt es noch ein schlüssel geil jetzt staub hier weg machen das wollte ich gar nicht jetzt sind da zwei gib her wo war der schlüssel jetzt muss ich da schon wieder hoch oder was ich hab jetzt erst mal den Da komm ich nicht rein, toll Kümmern wir uns später drum Moment So Raten wir mal Wieder Haar hoch Herz, Herz Oh Herz Für mich, Herz Herz Hey Herz Oh Die Vase war nicht Main Oder Niko Niko War die Vase Main Ja, richtig Herz Herz Oh, Gold geht auch Herz Nein Nö Ich nehme mich nicht Mario Mario Herz Yay Okay, kann ich noch nicht rein Mario Was, meine Taschenabbe Oh nein, siehst du aus Was Ah, jetzt kommt das mit den Soldaten Ah, jetzt kommt das mit den Soldaten Aber Das mit den Soldaten Was ich gerade gesagt habe Kommt in der nächsten Folge Bis dann